Berliner Nähfüsse können einfach mit einer Hand angebracht werden. Die Öffnung oben am Schaft passt exakt auf den Konus der Halterung an der Maschine. Schieben Sie den Nähfuss über den Konus ganz in die Halterung. Drücken Sie dann beim Einschieben den Befestigungshebel hinunter. Verwenden Sie das Freihandsystem, um den größtmöglichen Freiraum im Nadelbereich zu schaffen. Das ergibt mehr Platz beim Anbringen des Nähfusses. Untertitelung des ZDF für funk, 2017